die förderte kommt ja gut aber wenn alle im surf sind dann hast du auch manchmal ganz andere gedanken im kopf was du vielleicht nicht sofort so wie ich telefonier abgewürgt weil mir auch großraum taxi gebraucht haben ja dann das strom und direkt rein oder mit dem herst du übrigens nichts spieler vor zwei stück das sollte der zack haben wir hinter dem roten container oder rot okay ich glaube von oben kann sich so umlaufen ich bin oben ja ich muss mal an die mauer ich bin auf jeden fall hinter dir der hand ist auf jeden fall weiter zurückgerannt hinter uns hängt auch an hinter uns ihr seid oben auf der rante ne ja 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 und wer sind wir alles da unten okay ich bin vorne okay wo waren die ungefähr breitbein hat den ersten hier getötet der zweite ist nach hinten gerannt ich glaube richtung äh okay ihr seid jetzt am orangenen ne ja der andere ist weiter zurückgerannt der hat nix so ja der hat eine mp3 leicht gemoddet dann können wir alles mitnehmen willst du nicht haben oder was nein nein nimm alles mit okay hau der ich weiß mal dass sein kumpel ist irgendwo der weg wahrscheinlich die andere rante jetzt hochgehen oder der ist oder ist er wo 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 ist er tot ja hab ihn getötet ja hab ihn getötet minust tschuldigung hat er beim furch kommen wir zu dir und deck dich ist hier ist hier ne ist einer von uns oben an der rampe ja ich da ist warte der hat ne giselle wenn ihr wollt unter 50% ja meiner auch hier ja würde ich nehmen mitnehmen rein würde ich nicht mitnehmen ja ja wenn er eine bessere rüstung hat wie 4 ja 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 warte mal den habe ich gekilltet oder was ja den hast du gekillt den habe ich gelootet ich habe das meiste hier also wenn du mal gucken willst nur die marke will ich hast du die marke ne warte mal dann muss ich mal hab ich die marke eingesteckt du gott warte mal eben kein stress wenn ich behalzen ja habe ich hier warte weiß der beste raus du kannst du denn ich komme jetzt auch die rampe hoch naja ich habe dich schon gehört soll das mal klippen du spielst auch einmal ich habe dich schon gehört ja die habe ich vorhin den spieler abgenommen der oben aus der euro und der fabi war so nett und hatte ich mit raus genommen für mich ich hoffe ich habe mich nicht auf dich da war ein scaf an der powerstation ok da läuft einer hinten an der powerstation mal einer von euch an den kontrollhütten ne wir sind hier am zaun wir laufen gerade am zaun entlang wir laufen jetzt die rampe wieder hoch also ich ja ich bin relativ kurz hinter neo ja da wo ihr hinten da seid da genau die höhe da war gerade einer ja das könnte ich gewesen sein wie ich reingegangen bin ja ok kann sein ok dann machst du das ok da drinnen da war oben rein unten rein wir sind jetzt alle rum wir sind jetzt alle rum ich habe hier noch Munition eingepackt gerade wir sind jetzt hinten all dir ja wir sind auch in der Lagerhalle hallo danke die andere Seite ich höre euch da rennen ok ich glaube ich höre was drin rennen ja wir ihr seid schon drin hier ja sind da hallo ok ok dann rein lassen dieser strom ist auf jeden Fall an vielleicht können wir ja im Ultra sogar loopen edX ist meins usb-stick ist meins grafikat mit mir dann nehme ich die Scales dann nehme ich die Scales ich brauche noch einen in Scales ich brauche noch viele Scales und die Bööse dann ich hoffe ich finde jetzt doch ich meine dann noch ihr seid rechts rein ne wir sind eben bei dir jetzt ja wollen wir dann mal ja blöd mit warten wenn wir einen Raum aufschließen oben ne ja wenn müssen wir jetzt direkt am besten hin ne ja ja mach ich würde jetzt ich komm schon irgendwie nach ich höre was drin bei mir direkt vor mir da war gerade einer von uns glaube ich oder ich bin gerade hinten rechts rein durch was sagen geht sich eine ganze zeit ich nicht ich habe jetzt nur ganz kurz hin her gedreht aber ich bin nicht direkt bei euch ne ich jetzt vielleicht wer ist denn hier bei mir mit blickrichtung auf idea wir sind schon im idea drin ja minimo bist du das dann bei mir okay sonst spring mal ich bin jetzt gesprungen bei mir war nichts alle alle schon gesprungen ja okay dann ist die hinter einer ja ja da hinten ist nicht ich weiß jetzt wenn ich ihr hört mich rein in 100 euro ja ich höre was rennen er ist ja jetzt zurückkommt hat einer gemummelt weg da weg weiß nicht ob ich jetzt noch gekriegt habe geht doch alter ist er noch down okay er ist dauerlich ist dauerlich sind jetzt bei mir jetzt hinten ins büro rein ich muss ja ich muss ja einen usb stick für dich finden richtung kasse ich renne eben auch sehr bei dir vor sich war dann spieler oder was vermutet hat es geschossen wir sind jetzt vorne am ausgang von perona richtung kasse ich habe es links an der kasse richtung spielplatz ja entweder du oder ich habe ihn machen wir die tür hier hinter uns zu na du hast ihn kaput du brauchst den usb stick ne kann man den drucken ne das kann man nicht routen scheiße ne nur wenn die hier unten stecken ich hab ihn nicht oder der war okay deswegen wahrscheinlich ok ist nicht der eine raum bin ich brauche hier unten irgendwo hier links habe ich ihn gehört na ja ich müsste hier dann einmal ums eck in bookstore rein wo seid wo seid ihr jetzt allemal ich bin vorne an der treppe ungefähr ne und ich sind im computer raum okay nimm uns vorne auch bei den kassen ja genau und was lief doch da im gang eben oder neo ich bin jetzt auch parallel hier hinten dran keine ahnung die kassen sind ja das nemo wo ist ein kassen sind raus links ok leute kommt ihr nachgerückt wir sind dann an den kassen ja wir kommen ja ich kann noch nicht so viel rennen das ist alles also ich müsste einmal hier gerade aus links dann sind wir fast bei den anderen dokumenten wo ich holen muss genau auf der anderen zeite mit meinem dann schnell die toll sagt mir wenn ihr schon beim übergang dann komme ich direkt jetzt ist schon fertig ja ich bin schon an den nächsten kreuz hast du denn da mitgenommen mit doch kurz oder so fühlt es auf jeden fall recht hast du die m1 eingestellt wie meinst du 50 meter 100 meter okay wo ist jetzt mein längst was ich brauch ich hab nicht geschossen aber es kam von rechts ja aber es geht schießen nicht einfach so auf irgendwas also wenn der laser an ist ist egal ja ja okay habt ihr alles noch mal weiter nein ich muss gerade erst rausfinden wo mein scheiß buch liegt im regal unten unten ist halt im regal ja aber in welchem äh ich komme mal hinten rein hört sich an als wenn das oben ist ne ich muss ganz kurz ab kann ich mit löser wo bist du wo bist du hier ziemlich verdienten im laden ne 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 lebt man es weiter vor das kommt entweder hier haben es getötet wenn ich hier dann da also ganz am ende ganz am rand liegt also hier von der bucher wenn zwei hier entweder hier aber dann ist es nicht doch doch hier ist es ja ja okay dann lass mal weiter also mir ist wieder einer gerade ähm wir können kieber theoretisch ne was kieber ja ich hab beide schlüsse ähm wir können sie eigentlich oh was liegt denn hier mhm wo ist die geschaft aber warten wir mal kurz bis es denkst wie ich weiß ja steht nimo denn ich weiß es nicht sehen hier nirgends wo er wird sich vielleicht auch irgendwo hingelegt haben ich sehe einer mit dem raum richtung bei den büchern der hinter der kasse ist eine hier ja das bin ich ich stehe hier an allen dingern dran an und von hier aus kann man gut hier am rand am rand dann piken und setzen nicht im laden aber im gang meine ich mal ich bin im gang richtung und so wer schlecht ich nicht ich höre hier was schleichen ich höre hier was schleichen wo bist du kapo doch keine ahnung gegenüber von kost haos kann den rest nicht lesen also im buchladen ja da höre ich was schleichen dann äh immer noch ja ok dann ist das neo bist du im buchladen ah ja das machst du ja hat nemo gesagt wie lange der weg ist ich brauche zwei minuten muss kurz meiner mama helfen sagt er ok dann lass mal weiter durch den keep oder echt wollen wir ihn das alleine lassen hier ja ich wollte grad sagen in ein zwei minuten wirklich nur zwei minuten nemo weil dann können wir die zwei minuten noch eben warten meine meinung nach wird es ziemlich unfair finden ihn jetzt hier liegen zu lassen irgendwo er bringt so auch mal für euch loadouts mit und sowas ja richtig da kann man ruhig mal was zurückgeben sagt der der noch nie einen loadout gekriegt hat ich werde es raus anzeige er auch ja aber wenn du einen questgegenstand brauchst dann droppt er dir halt auch sobald er das kriegt und sowas und sowas ist halt voll egal ok da hinten ist was da kommen zwei hoch da kommen zwei spieler so wie die sich bewegen wo hin im buchladen geradeaus der letzte gang ok aus der richtung wo wir gekommen sind oder ich bin hier drüben ich bin hier drüben und kommen die zu uns kommen die aus der richtung wo wir gekommen sind nein 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 da wo wir letztens den fight hatten und die sind nach uns hingegangen oder nach rechts hin ja die kommt zu uns höhe lkw oh ja ich schmeiß nate hin der hat nichts uuh die ist voll bei unsexuiert leider nein nein nicht meine nate nicht meine nate das war ein gegner nate die sind noch ums weg rum ok ok ich muss weg heilen weil die hat mich übertrieben gefrackt ok von rechts kommt auch was das bin ich das bin ich das bin ich ok ich bin jetzt am eingang vom buchladen gut also einen müsste ich entweder getötet haben oder schwer verletzt uuh 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 kann ich aber noch nicht sagen also die wollen auf jeden fall fighten ne ich hab keinen mit den nate erwischt ja der steht mitten am gang jetzt grad rechts zur Seite lander grad mitten am gang kommt der hier in den laden rein? nein 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 ich bin grad zu dir rein aber kann der in den laden rein? naja ne ey er kann eigentlich von hier aus nicht dann müsste er dann mitten am gang mitten am gang also sind die in gang quasi gefangen einer der hat mich schon wieder voll hätte der liegt auf dem boden wo genau ist der da dazu der liegt auf dem boden rechts rechts der ist jetzt da rechts an den an den kisten war oder schlechte seite der ist nach rechts gelaufen boah von euch gleich mal laden wir jetzt alter danke bin ich dir reingelaufen? na sorry trotz grad noch wo ist denn denn? ja ähm wenn du da vorschach sind doch so kisten nemo sollen wir die umlaufen? bin noch im laden gegenüber von euch im kochteam ja wenn du da du siehst ja also blickrichtung äh 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 wenn ich das die uns jetzt umlaufen ne? ja deswegen äh wollte ich ja auch mit irgendjemand von uns hier den ersten schritt machen die umlaufen ja ich muss aber grad erstmals damit habt ihr irgendwas zum fixen verbrochen? ja 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 umläuft 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 kommt hinten rum ja komm hinten rum komm hinten rum also aus dem aus dem keeper genau genau weil ich bräuchte ja echt was wo bist du denn? von deiner kasse hier ich bin beim der ist wieder da hinten irgendwo ich schmeiße den raus der steht wieder der ist links in der mitte irgendwo Richtung LKW ja ich schmeiß den rucksack raus der ist da drin er ist von rechts nach links gelaufen steht am LKW der steht nemo soll mit ihm laufen ich habe definitiv getroffen er ist jetzt hinter dem LKW ok links hinterm LKW ich komm hey du hast doch nichts zum heilen der muss hier da habe ich einen gehört gell? in die Richtung lass nicht rennen ne 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 nur mal laufen nabentum was kann auch sein dass er hier irgendwo im Laden ist oder? hm ja ich habe auch keine grenade mehr ne? ich habe drei stück ok du bist sicher der ist beim LKW? ja wie kann der denn kann der denn auf mich schießen? ich sehe den nicht der ist an dem LKW ja aber der kann ich kann ja den LKW nicht mehr sehen oder gehst du rechts und ich links? ja ich wäre jetzt noch mal ein stück weiter nach hinten gegangen aber zuletzt war er am LKW dran ok wir kommen jetzt so langsam auf dahin wo die angeblich sein sollen an den an den orangen LKW meinst ne? der halt an den Sunsacken dran steht irgendwo da in der Gegend ich bin jetzt rechts von der Rolltreppe ein Magazin muss hier irgendwo liegen 4A ich höre sie da moven der eine hat sich hingelegt einer schleift war einer was jetzt zum Knochenbrach fallen? hier ja komm bist du hier bei mir? ja ich bin bei Kampen ich auch der hat mit Eddie alter wie viele Treffer soll ich den noch ein Land? ich bin tot aber der ist richtig gut angefragt der ist auf der rechten Seite hä? rechte Seite? also von euch aus in die Seite hier in der WT Koppel drinne ist Heilung alter wieso sehe ich die WT Koppel nicht mehr? die ist für mich nicht mehr da die ist auch nicht mehr da ja aber wir können drauf zugehalten ha der Art Gita ich renge gerade kurz weg zum Ablenken ähm Nimo du bist da auch noch rechts vorne in dem Gang drin ne? ich bin wo Horizon ist äh der ist der ist fast tot der ist fast tot ja ich hab ihn gesehen wo ist er jetzt ungefähr? am Zelt immer noch links immer noch links müsste ich Nimo ich komm links von dir ich muss ich heilen muss ich heilen ja dann lass mit auf hier liegt auf jeden Fall ein Toter fehlt bei Neo Shadow ok dann habe ich den einen durch die Wand durchgeballert das ist nice ich brauche nur aber kurz Granat nach Aua er hat jemand einen blauen Laser hat jemand einen blauen Laser? nein ok dann ist er in dem irgendwo in dem Zeltan im freddy im freddy laden freddy 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 lights direkt hinter dem Keeper also gleich links dann von uns oder was? hat eine Granate geworfen der ist direkt am Keeper dran ich bin jetzt an dem LKW ich bin jetzt an dem LKW ich bin tot der oben rechts ja hab ihn hab ihn ich hab ihn hast ihn? ja ich muss ihn brutal ich muss kurz klippen lustig ich bin im brutal wir kommen zu dir Fenster war ich steppe immer nach links steppe immer nach links große Treppe hier sind brutal noch drin also wir sind da wo du den einen getötet hast ok ja gut hier links habe ich noch was gehört Richtung keine Ahnung Richtung große Eingang bist du außen Richtung großen Eingang grad? mhm du rennst grad dann ist du euch ok ich muss kurz gucken was sie hat boah diese scheit Scheibe alter wie oft würde die da noch kaputt gehen dass mich hat er nur mit PS-Money getötet hier läuft irgendwas ja hier läuft ganz irgendwas ja hier läuft ganz irgendwas jo ich bin nicht ich bin grad an meiner Leiche selber hinten ja dann haben wir ja noch jemanden ja aber ich kann hier hinten ein wenig rumrennen Richtung Zelte was hat er für ne Läufe gehabt? na AKRMS wo hört ihr den Co? kommst du jetzt zu uns? nein bleib mal kurz entstehen hier ich bin nur an den Zelten hier schau über den Zelten drüber der ist direkt vor uns oder nicht? ja ich hab den auch gerade ich hab einmal hier in die Blickrichtung was gehört und dann hab ich hier was gehört und dann hab ich hier was gehört der hinter uns ist ein Neo aber der müsste hier vor uns sein Richtung Hauptangang oder was? ne Richtung Durchgang die ganze Zeit Holz weil ich kann die Leiche nicht looten na zwei Stück zwei Steps mit Shots rein mit irgendwem legen die sich an ich mit denen die sind von mir links von dir links? ja ich weiß nicht ob der zweite tot ist oder ob er sich nur hingeworfen hat ja ist tot ist tot ist tot hast du beide gesehen oder was? nein ich seh keinen ich hab nur gehört es waren zwei Leute eine ist Savedead der hat einen Headshot bekommen der andere steht grad dankeschön Risen mach gleich mal den blauen Laser aus der leuchtet dir am Arsch hinten runter ist meiner ok du steppst grad in Neo ne? ja ich stepp hier grad und hüpfe wenn das Neos Geräusche sind dann haben wir die safe hier vorne gehört die ist direkt vor uns würd ich sagen ja aber ich hab hier links zwei von meiner Position aus wenn ich Richtung Haupteingang schau links weg der ist direkt vor mir direkt vor mir ich kann nichts machen hier ist Sackgassen wir müssen den Laden direkt vor uns sein ok ich will nicht nur kurz stürmen ich sag schon mal gute Nacht an ne? joa schlaft dann schlaft dann joo ihr auch ich weiß aber du immer nur mit deinem Helm anhast kapo ey der hat mir grad den Arsch gekriegt guck dir das an alter zwei Hits hab ich abgekriegt ich renne jetzt grad hier mhm der müsste jetzt direkt vor dir sein ja einer ist Savedead und der zweite du musst dich grad schauen der ist ist auch dead beide Savedead ne 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 ist das Depp noch was rechts im Laden drin genetik genetik generik sorry der kann nicht hier in den anderen Laden rein ne? da war Sackgasse sagtest du? ja genau ok kann du da raus oder auf deiner Seite der ist auf jeden Fall noch drin das sagt der André ok warte mal kurz hast du jetzt geschossen oder? ja also nur so kriegt sich kein Millimeter dabei er will nicht fighten hier auf die anderen Seite sich umlaufen ich mach schnell hier Licht aus seh ich mehr boah ich muss voll drin pinkeln alter hast du das mitten im Raid immer kriegsfeeling ja ne lass mal vollsteppt bin jetzt bei ihm am Hinterausgang oder bei euch von hinten dann da sagt vorne seitdem ающ Monate ja gart das das ist er nimmt auf mich so ungefähr beschreiben würden wir jetzt von hier reingehen würden wo der dann ist der linkseite in der mitte ungefähr also von euch aus rechts an rechts in der mitte ungefähr rechts in mitte end auf mich heute haben eine nade reinwerfen ja ja ganz also er wird wahrscheinlich nur bei mir rauskommen also eine granate geworfen werfe ich jetzt jetzt ist weiter links im eck eine habe ich noch kann noch nach links eine werfen ganz geil ja ich bin jetzt am panzer kapo wo bist du hier immer noch am eingang ok dann ist dahinter im rechten raum einer rein und jetzt drin kapo schaut links sein ich schaue noch dahinten hat den gang hier und da weil kann es gehört haben das war das gibt dann ist da waren es in dem laden wo wir eben drin waren ja ich habe keinen bock jetzt hier zu pushen ich bin schon drin im laden aber so wie das angehört hat hat er denn nur eine pumpe oder ich renn kurz schießt er auf mich kommst du rausgelaufen arbeiten dann habe ich schau gerade wo ein anderes gift dahin ist ja alle 23 spiele hkmm hier ist ein gescheiter helm für dich ist doch gerade was reingelaufen lol ist einfach durchgelaufen oh ja super helm ja besser und herz oder was noch dazu also willst du die akm nicht kommst du zu uns ja ich bin jetzt bei euch ich load jetzt hier gerade meine zwei tux hier ich habe gerade eine akm gefunden ganz klar er hat nochmal eine giselle wir können alles mitnehmen dann kurz heal conditioner und salia mitnehmen habe ich nämlich nicht mehr komm ich will ja kein sieht lecker aus würde ich wohl gerne mitnehmen ja die sieht echt nicht schlecht aus erlaubt hier bei mir ne ja genau ich muss kurz klippen ja dabei ist hier die sind hier fett looted an den zwei links brauchen wir brauchen wir zum nachklippen oh hier rennt willst du die akm spielen willst du die akm spielen kapo die ich jetzt ihr mitgenommen habe von ihm ja ja würde ich schon spielen ist bt money gut für ak ja ja bt ist ja ganz ja dann würde ich die max droppen von ihm ähm musst du nicht zwingen zu teuer sind die max glaube ich nicht achso du willst ja nicht jetzt spielen ne jetzt im moment nicht ja wobei ne ich glaube nicht ich würde dir zumindest meine waffe wegschmeißen ja jetzt muss er das war ne ok da schießt auf jeden fall irgendwo noch was drei spieler gekürzt junge ich will so langsam in der change wer läuft hier bei mir ich nicht zwei leute gerade hier bei mir gelaufen wo ich die leiche gelootet habe ja ich würde jetzt nicht mehr ich bin wieder bei euch hier auf dem gang ja wo sind die gelaufen diesen außen diesen außen ja rechts oder links außen an dem laden wo wir waren in dem eck schön das war war aber noch einer das war auch nun es gab das war nicht die beiden spieler in die fläche runter gewesen sein wirklich immer ist dass ich mal eben klippen muss wo bist du an mein zwei leichen wo sind die aus dem ding raus wo der holz ja das bin ich gerade genau ja dann komme ich da jetzt auch noch mal rein rennt 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 vor uns richtung exit also richtung durchbruch wo bist du kaputt bin hier hinten in der ecke bei dem laden ok immer noch am panzer holz habt ihr gerade gemacht kaputt ja ich habe katholz wir haben eine leise von ihm wer du bist dahinten gut ja ich bin hier keine nades mehr neun minuten noch boys wer schlägt hier ich gerade ich glaube ich nicht gleich nur laufen ja das ist mittel laufen weil ich nicht schneller kann das klippen jungs ist scheiße er klipp doch ich kann sagen du warte ich komm zu dir rüber dann kannst du klippen wenn neo da jetzt auf dem gang ist kann von da ja nix komm jetzt sind weit weg schüsse gerade einzeln eingeschlagen in der wand ok die habe ich nicht gehört nicht schon wo bin ich mein rucksack jetzt hin ok hast du dich nochmal eingeschmiert ja ich habe hänkeller dran ja neo dann komm durch den laden durch wir gehen zur anderen seite raus ich bin jetzt vom adic neben dem kieber die sind unten ja dann lass uns raus jetzt oder willst du die jetzt noch ja wir sollten definitiv raus ja wir quest nämlich du weißt wo wir lang müssen nein ich folge nimo nimo bin ich weg ja warte mal ich muss erstmal gucken wo die raus müssen ja mal komm ok ach jetzt muss ich mir ernsthaft noch eine vaseline reinschmieren hast du oder brauchst du ich hab dich ja ich hab dich ja ich hab dich ja alter das safe shield hat mir echt das leben gerettet zweimal ja wir müssen auf die anderen seite raus äh bedenke dich bin nicht schnell unterwegs ja dann musst du bescheid sagen wenn du nicht mehr hinterher kommst so ich darf wieder krabbeln ach ja dann müssen wir ja mal einen hype machen also ist der loot wirklich so wichtig mein quest rausbringen ist vielleicht wichtiger ich hab grad aktuell ach so du hast die quest ne Papier oder was ja du nicht oder was ne ich hab andere papiere die ich machen muss pass immer nicht hin ich muss rauskommen damit meine ja dann du nimo ich schaff das dann zur not noch alleine ne ne das gibt es hier nicht wir gehen zusammen wir sterben zusammen wir sind da dem ich ok bad boys fürs leben ja definitiv ja ich brauch dann den schlüssel für meine quest auf jeden fall er muss crunchen wir müssen ein bisschen warten und kurz zeit gehen da rennt noch was anders wo wo ich hab nur grad kurz was anders rennen können ganz kurz nur ja das war nimo der ist eben nochmal ganz kurz gelaufen nein das klang nach links oh doch nimo oh fuck alter ja wir wären schon tot alter mhm wir müssen halt genau auf die anderen seite ne ja das ist dicke er muss wir crunchen wieder es bringt übrigens auch was wenn du ja gut crunchen bringt auch ein bisschen was weil wenn du den rucksack kurz wegschmeißt ja stehst du dich schneller auf müssen wir runter oder ja genau wir müssen runter wir müssen genau auf die andere seite genau da hab ich mich hier jemand gesehen deswegen ja das gehört aber nicht uns die schießen auf irgendwas anderes rechts raus wir sollten links laufen links weil rechts waren ja die schüsse ich will jetzt kaum oder nicht gerne hier und begegnen ja ich ja 5 minuten ist übel wo wollen wir jetzt eigentlich raus grad ja hier wollen wir raus mach dich voll ja hier können wir nicht raus müssen genau auf die andere seite ja dann lass uns doch hier durchlaufen oder nicht oder wie ja ja wir laufen jetzt durch die tiefgarage ja ja wir laufen jetzt durch die tiefgarage ich will nur den spielern aus dem weg gehen oh fuck oh man wir laufen denen genau entgegen hab ich das Gefühl ja hinter uns so wie müssen wir von hier aus laufen geradeaus hier siehst du das mündungsfeuer oben links die sind genau über uns jetzt ja hinter uns sind auch welche ja drei spieler wir waren schon zu fünf drin der neo hat auch einen einen ich hab drei du hast auch drei spieler mhm die sind jetzt direkt über uns genau ich kann das ja eigentlich nur noch's gab spieler sein hm eigentlich schon ja da sind sechs leute sind elf leute wie viel können rauf da ist jemand oben am loch hier kaum da hab ich in Wo ist der Alman? Tot! Also, Minus. Oh mein Gott. Ja, Alter, ich hab's auch grad getan. Drei Minuten, Leute, ey. Das schaffen wir nicht. Hör auf zu lösen jetzt. Oh, rechts irgendwas. Minus. Boah, wievies gab's noch? Sehr schön. Alter, wo lauf ich dagegen? Ja gut, ich dropp jetzt einfach den Shit. Egal. Immer noch Übergewicht, WTF. Drei Minuten abpacken, Mann. Was hast du denn für eine Rüstung an? Ja, gut. Bei der Rüstung ist kein Wunder. Okay, jetzt können wir. Gemütlich. Ich hab die Rüstung jetzt weggeworfen, ne? Was war denn das für eine? Ne, ich werde. So, wie lang müssen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da raus, da links. Raus, da links, raus, da links. Hier. Ah, da, ja, ich seh dich. Und einfach nur grad aus. Da wehe, das ist jetzt noch ein Ausgangscamper, Alter. Dein Rast sieht aus. Ja, da ist sowas von. Ey, die M1A macht Spaß, Mann. Die M1A ist mega. Die M1A ist mega. Billig und geil. Ich muss dann nur ein anderes Visier drauffacken. Wie ist es so wie ich? Mit nem Hammer? Ne, ne. Glaub ich werde an mir, ich werde an PK 06 drauffacken. Egal, wir haben eine Minute nur noch. Ja, ja, pack mal. Dann passen wir uns direkt bei uns. Ich spiel die genau so weg. Wenn du willst, kannst du das eine troppen und ich geb ihm eine. Äh, okay. Mach das Scope halt runter. Willst. Verliere nur noch. Jetzt werfe ich sie schon. 1,30 nur noch. Ah, okay. Billig und geil. Weil aus der Hüfte kannst du so gut perfekt sprayen. Wegen dem Infrarot-Ding. Was ein kranker Run, ey. Ohne Witz. Ja. War gut. Na ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich kenne Skeff noch Muse. Ehrlich? Ja. Nice. Wie viel hast du? Er hat noch einen Skeff gekillt gerade. Na Schatz, was schaust du gerade? Ich war drauf, dass du fertig bist. Ja. Oh, dankeschön. Oh, aber wenn du dir jetzt unsere E-Shanks nimmst. Ja, glaub ich. Also, survived. 7000. Oh nein. 4 Spiele. Entschuldigung. Sehr geil. 4.000 habe ich nur. Ich habe 2800. Drei Spiele und zwei Skeffs. Oh, vier Spiele. Den anderen habe ich sogar noch einen Headshot gegeben. Uh, mies. Vier Sekundenunterschied. Zwei Headshot. Tatat. Ich habe hier auch 41, 58 Headshot. 42, 44 Headshot. Die haben den ganzen Server auseinander genommen, Jungs. Ja, das... Also ihr. Ja. Nemo? Das war mal Pro-Gameplay, ey. Komm, spielt mir mal eine geile Waffe, ne? Ja. Immer. Den Mosin, der kannst nichts mitreißen. Habe ich auch immer gesagt. Alter, 42 Minuten. Also, ich muss ehrlich sagen, die Mosin mit der 7N1 Muni da, die ist also die Aua. Na gut, aber auf Interchange weiß ich nicht, ob das das Richtige ist. Abgesehen vom Aua, der Punkt ist einfach, du musst halt wirklich One-Tap ins Gesicht treffen. Ja, das stimmt. Und wenn du halt dann eine Full-Auto hast, was würdest du dagegen machen, ne? Richtig. Der Mosin. Du hast halt keine Chance. Das ist 7.000 XP. Sechs Headshots bei sieben Eliminationen. Ähm, Kapus, soll ich dir deinen Scoop wieder mitbringen? Ach, wat? Ich hab noch nicht mal meins so gesehen. Wenigstens schon Stärke jetzt ein bisschen gelevelt. Dudu, dudu. Da war echt geil der Run, eigentlich. Was haben denn jetzt noch Wert, ey? Also, das war echt, echt nice, ey. Ich hab zwar massiv an Geld jetzt verballert. What the fuck, ey? Es geht kaum einer Lampen an, ey. Ja, ich auch. Ich hätte nachschauen müssen jetzt. Ja, ich hab mal wieder Rucksäcke hier, ne? Oh, wow. Ich will die für 40.000 reinhauen und soll 60.000 Gebühren zahlen. Was? Ja, ja. 40, 80. Es sind 160. Mach ich aber immer noch 100.000 Gewinn, aber dafür müssen sie auch gekauft werden. Das macht keiner. Ich bin wieder ready. Ja, ich hab den einen sogar ne DT hier abgeluchst, ne Waffe halt. Unload. Welche DT? Die Große oder die Kleine? DT, die Große glaub ich. 7,6251 Oswald Reifle. Mhm. Geiles Tal. Achso, welche Waffe wolltest du eigentlich haben? Das letzte Mal, wo ich wegge... Ach, das war die andere. Okay, ja. Check ich das. Ja. Okay, die 70.000 gönne ich mir auf jeden Fall mal. Eine Runde wache ich noch mit, dann ist aber Ende für mich. Okay. So, den Wave QD will ich noch schnell erhöhen können. Okay, die Munition, die ich vorhin gekauft habe, habe ich definitiv wieder raus durch die zwei Sachen, wenn die jetzt verkauft werden. Die kann ich nicht verkaufen. Das Prison kann ich verkaufen. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Ding so gut treffe. Das waren Tap Headshots. Die waren richtig böse, schmackhaft. Die hat keiner eine Body Armor Hit gegeben. Okay, alles klar. Ich habe meine weggeschmissen, sonst wäre man da rausgekommen. Oh, tatsächlich Trooper, ey. Die ist auch 85 von 85. Das war ein Sparkplug. Und endlich diese behinderte Tushanka Quest weg. USB. So, den Fuel, wer halten wir mal? Da kommt dann die Scaff Box, das Scaff Box, das Scaff Box und das auch. Irgendwie ist die Waffe verbuggt. Wieso? Weil das so aussieht, als würde das Magazin da so mittendrin stecken. Und mit der Waffe. So, dann werde ich mal die AKM von dem Beauty jetzt spielen. Kalt, nicht? Noch gerade. Hat der geladen gehabt. PS Money. Wow. So, jetzt bin ich wieder ganz da. Eine BT Money. So eine Waffe, ey. Okay. Die kann man oben einfach rein schmaußen. Brauchen wir nicht. Das P-Mac. Unload. Was ist da drin? M61. Hmmm. Sauber Money. Ja, ich habe dir ja meinen Splint gegeben, ne? Ja, ich habe ihn unten drin. Ich kann ihn dir gerne wieder zurückbringen. Überhalten mal. Okay. Den Rest kann ich eigentlich alles so verhökern. Außer das Mac ist vielleicht noch was wert. Oh, ja. Also die Waffe ist ja richtig teuer, schmackhaft. So. Den Rest. Die Tug brauche ich, glaube ich, auch noch. Aber Rest jetzt nicht mehr die Lange. Ich will das. Brauchen. Wir nehmen da natürlich nicht der Frecke. Jetzt schauen wir mal Skier. Hat auch gereicht. Ach, ist er jetzt hoch? Ja, aber du hast das Geld halt. Ja. Du hast halt nur noch das Level. So, das vielleicht mal dein Jägerboy noch oben kriegen. Jetzt ist Jäger dran. Oh. 15 Scabs brauche ich jetzt noch. Okay. Ich brauche noch einen. 2. Muss ich noch finden. Und einen USB-Stick. Tarismal hat man einfach nur durch Looten gelevelt, ne? Wenn du es in dein Inventar gezogen hast. Ja, glaub wohl. Ja. Ich geh nochmal schnell pinkeln. So. Haben wir da noch M995 irgendwo drin? Ja, 27 ist nice. Was? Alternativ. Wenn die M995 zu teuer ist, kann man doch die M85A1 nehmen. Oder was war das? Niveau. Was? Alternative M995 Munition. M855 A1. Naja. Die kostet gerade genauso viel ja WTF. Wenn die Waffe verlieren willst, dann die M855. Die nächste. Naja, das wird jetzt M995, M995 und das ist dann die Billow. Schade, dass man die nicht benennen kann. Das ist auch was. Benennen wäre geil. Nimm mal andere Max. Für jede Munition. Nimm mal andere Max. 60 zusammen. So. Also ich muss sagen, deine Armor, ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden die bekommen hat. Die wird aber hoffentlich safe herauskommen. Was war das? Die 6B43? Ja, das ist doch die Ford Armor, oder nicht? Die brauchst du auch für die Quests. Du brauchst einmal eine gute und eine unter 50%. Naja, kauft man halt mal schnell wieder, ne? Die andere kriege ich ja in der Regel zurück. Ja, und wenn die schon drunter geschossen ist, dann? Wenn, ja. Wenn nicht, okay. Du musst unter 50% zahlen. Ja. Ich brauche auf jeden Fall eine Launchbox zum Fressen und ein ganzes Wasser. Och. Wieder voll. Ja, Fabian. Ein Raid überlebt. Bis jetzt. Charakter-Tasks. Hab ich jetzt endlich die Kack-Leute schon getötet hier? Nein, zwei Skeps fehlen noch. Ach komm. Du hässliche Schuss. Ja, wie viel einer? Ähm. Nimo, hast du den Schlüssel dabei für die Dokumente? Nein. Würdest du den noch einpacken? Hab ich nicht. Ach komm, ich gönne ihn mir. Ja. Wie heißt denn der? Ich hab ihn. Achso. Ich hoffe es war der Richtige. Hm, frisches Saliva wäre nicht schlecht noch irgendwo. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich kein CMS mitnehme, weil das CMS keine Brüche heilt. Sandra hab ich doch da oben irgendwo hingeflankt. Da. Vier Spieler. Ey, das ist das erste Mal, dass ich richtig vier Spieler töte, ey. Boah, mein Gefühl hat mir dann gesagt, wo du da so gesagt hast, ja die Steppen da rum davon und so. Ab mit jetzt ist es, wöchern. Ich Likewise THE einde das auch öürdige.